Wer den Parcours beendet hat, verlässt ihn dort hinten an der Bande, genau so soll es sein. Und die nächste Starterin steht hier oben bereit. Wir sehen jetzt mit der Startnummer 54, Nora Wiesen mit Move Machine. Es hält sich dann bitte bereit, die Startnummer 45. So, und wer jetzt gerade erst gekommen ist, sei noch einmal extra begrüßt hier bei der 6. AQHA All-Morals-Show Münster, der Anlage von AZ Western Riding. Und ich wiederhole auch zur Sicherheit noch einmal die Informationen für den Ablauf im Anschluss an diese Prüfung. Wir werden eine Phase einbauen, die Ask the Judge genannt wird. Das heißt, alle Starterinnen und Starter haben die Möglichkeit, dem Richter Sascha Ludwig noch einmal Fragen zu stellen zu gelaufenen Prüfungen oder zu kommenden Prüfungen. Und in dieser Zeit, also während dieser Zeit, ist die Halle freigegeben zum Abreiten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der folgenden Hunter Disziplin, also der sogenannten Englisch-Klasse. Und dann wird es mit der Prüfung der Walk & Trunk, Hansi-Advitation, Manus-Matteur, All-Ages losgehen nach der Abreitezeit. Ja, das war die zweite Starterin. Das war die letzte Starterin.